Herzlich Willkommen bei den GrotoTV Game News der Woche. Ich bin der Felix und unsere heutigen Themen sind der nächste Star Wars Film, also die Nummer 7, das Minecraft, die Dänemark Nachbildung in Minecraft und das Watch Dogs Spiel. Star Wars 7. In England wird von Mai bis September der nächste Star Wars Film gedreht. Da werden noch Darsteller gesucht im Alter von 16 bis 22 Jahren. Es werden auch außergewöhnliche Darsteller gesucht, z.B. mit schiefen Zähnen, Narben im Gesicht oder weiteres. Minecraft, ganz Dänemark wurde ja letztens nachgebaut. Die Karte hat 1 Gigabyte beansprucht, war also ziemlich groß und letztens wurde diese Karte gesprengt. TNT-Bahn, nämlich auf dem Server verboten, aber die Serverbetreiber haben vergessen die TNT-Lorean zu sprengen, also diese Wagen, die auf Schienen fahren mit TNT. Und da wurde die ganze Karte zerstört und da haben amerikanische Flaggen überall aufgebaut und Panzer haben sie gebaut auf dem zerstörten Dänemark. Das nächste Thema. Bunch Dogs, das Spiel. Das wurde inspiriert von dem Kollektiv Anonymous. Das sind Hacker, aber Hacker sind nicht unbedingt Verbrecher, weil z.B. berühmte Hacker sind Steve Wozniak und Julian Orsach, die Erfinder von Apple. Hacker werden auch als Whistleblower bezeichnet. Okay, das war's mit dem GotoTV Game News der Woche. Also, würdet ihr das auch so gut passieren, wenn man eine 1 Gigabyte große Map Dänemark zerstören würdet? Na ja, fragt's in die Kommentare! Tschüss!